so ich wette das passt überhaupt nicht ist egal selbst wenn es ne 10 sekunden folgen es wird ein säulen angehaucht römischer brunnen oder so ja irgendwie sowas die richtung keine ahnung wir haben ich habe gerade unseren kompletten netterquatz für diese paar säulen darauf ausgegeben toll als ob wir das jemals irgendwo anders hier gebraucht hätten also deswegen gehe ich jetzt mal mich in den nether schleichen und dort mal noch ein bisschen was von dem scheiß abbauen bestimmt fallen jetzt sofort gleich sachen ein wo ich sowas für brauchen zum beispiel weiß ich nicht siehst du noch ist sofort gleich nicht also gleich ist aber erst sofort also wenn gleich sofort ist ist gleich fort so vor dem weißt du hast du dich blickt meine ich ich habe ich habe ich habe also ich habe total durchblick ich weiß immer noch nicht was du meinst ich auch nicht das ist ja so lustig ich habe humoristik jahrelang ignoriert merkt man da ist aber ich habe laber im netter gefunden sehr gut das ist irgendwie normal ja eher selten so da habe ich schon mal ein netterquatz gefunden das ist doch schon mal was das reicht aber noch lange nicht die blaue volle auch nicht übrigens gehad wir brauchen wohl wer wer wolle ja wir brauchen wohl mehr wollen ich bin ein werber ein meerwolf hast du noch weiße wolle bei dir daheim ich glaube nähe bei mir also bei mir in der hütte hatte ich nichts mehr ich war alles alle shit haben wir das bier ausgegeben wo weiße wolle habe ich aber auch nicht mehr und sowieso viele weiße schafe haben wir leider nicht blöde weiße sind die alle grün ja das kann schon mal vorkommen das war bei mir bei mir in der hütte hatte ich halt wie gesagt gar nichts mehr an an wolle oder so muss ich jetzt echt ernsthaft losziehen und irgendwo schafe jagen ähm hast du knochenmehl ja haut es auf die schafe drauf fertig ist das geht herzlichen glück und sie haben weiße schafe gemacht ach so so meinst du ja ich meine nachfärben können wir dir auch jederzeit oder lass zumindest ein paar ein paar haaarfarbige schafe drin in der farbe die wir brauchen könnten oder so weiß ich nicht ja ich habe auch noch farbmittel in hülle und fülle in meinem hülle und fülle haus in fülle und hülle maus ja 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 tittle leethe do what you want caster pirate is free yo ho so schau mal hier chicken wing Apropos, bei den Hühnchen sind es auch ein paar mehr geworden. Die vergesse ich immer. Ich vergesse immer, dass wir Hühnchen haben. Ein Hühnchen? Ja, haben wir. Wie viel sind denn das? Ein paar, ich habe die jetzt nicht gezählt. Mehr als eins? Ja. Mehr als zwei? Ja. Mehr als drei? Aber irgendwie interessant, weil so viele hatten wir da gar nicht drin eigentlich, ne? Sind es so fünf, sechs Viecher? Circa? Nee, mehr, würde ich sagen. Echt? Mehr? Okay. Drin bleibt. Irgendwer wird jetzt eh zurückspulen und sagen, nee, es waren fünf. Genau, erstmal zählen. Scheiß Streber, ey. Vielen Dank dafür. Immer müsst ihr uns korrigieren, ey, was soll denn das? Wobei, unsere Leute da gar nicht so schlimm sind. Nee, das ist gut so. Seid alle ganz lieb. Ja. Seid alle handsam. Genau. So, jetzt muss ich sowieso kurz warten, bis die Schafe hier nachscharfen. Bis die nachgewachsen sind. Bis die Schafe nachwachsen. Bis die Schafe nachwachsen. Weil bekanntlich muss man Schafe ja mehr töten, damit man an die Wolle kommt. Und deswegen hab ich hier eine Schafzucht aufgemacht. Weil jedes Mal, wenn ich ein Stück, ein Wollfaden brauche, muss ich so ein scheiß Schaf abschlachten. Ja, ist manchmal so. Nee, aber das heißt, ich kann mal kurz hier was machen. Ne, sag kurz machen? Hm? Zum Quarzen? Den scheiß ich jetzt mal kurz. Ich mein, zum Quarzen. Ach so, so meinst du. Ha, das ist gut. Gar nicht mal schlecht. Auf alle, du bist ja geschickt. Ja, hab ich gefickt eingeschädelt. Das hast du wirklich gefickt eingeschädelt. Verfickter Scheiße hast du das gut gemacht. Hey, hey, hey. Fluchen darf nur ich. So, schön. Da sind doch schon ein paar Schafe nachgewachsen. Schafe sind nachgewachsen. Die sprießen hier aus dem Boden. Oh, 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 die Schafe, die fliegen heute schief. Ja, die Flachen. Ich sage jetzt nichts mehr. Es ist mir jetzt doof, ey. Die Flachen fliegen heute flief. Die Flachen fliegen heute schief. Ja, ja, sowas. Ach, keine Ahnung. Ist auch scheißegal. Jetzt hat mein Hosenboden gerade gebrannt. Was? Heldenmutig, wie ich bin, springe ich natürlich erst mal ins Feuer. Tipp, nicht im Feuer stehen. Ach ja, stimmt, so war das. Hätte einem ja mal einer sagen können. Ich meine, das kann man ja nicht wissen. Sagen wir mal ehrlich. Das Ahnen, keine Sau. Und kein Schaf. Echt? Scheiße. Und ein Flav? Ein Flav vielleicht. Wo ist denn hier das Tor? Ja. Oh, was ich gesehen habe, es kommt ja auch irgendwann ins nächste neue Disney-Film raus. Okay. Von, äh, hier, sag mal, irgendwas so von wegen irgendwelche Schneeköniginnen oder sowas oder Schneezauberinnen oder sowas, die sich gegenseitig zerfetzen wollen und töten wollen und sowas und, äh, keine Ahnung. Also halt natürlich das Ganze ein bisschen kindlicher verpackt, ne? Also jetzt nicht so die böse, die böse Story so von wegen, die wollen sich wirklich töten, sondern, äh, sie wollen sich besiegen. Okay. Ne, keine Ahnung, gerade hatte ich jetzt die Tage auf YouTube, als ich ein Video angeschaut habe, äh, ein Teaser-Trailer oder sowas in die Richtung. Ich glaube, ein Teaser-Trailer dürfte es eher gewesen sein. Ah ja, okay. Ist von den Leuten, die das Rapunzel neu verföhnt gemacht haben, falls Leute das gemocht haben. Ich weiß es nicht, ich hab's nicht gesehen. Rapunzel neu verföhnt? Verföhnt, verföhnt. Ach so, verföhnt. Das ist so ein Disney-Film, ne? Ja, ja. Ja. Hab ich nicht gesehen. Äh, Star Wars, ne? Weil Star Wars ist ja auch ein Disney-Film. Jetzt bald, ja, dann. Ähm, was mir gerade so einfällt, so zum Thema neu und so, Memoria ist doch erschienen. Jo. Wolltest du da nicht, oder? Also ich will jetzt nichts ankündigen, aber... Doch, doch, aber es ist gerade, wie gesagt, zeitplanmäßig, aber ich werde jetzt schauen. Eigentlich hätte ich ja jetzt nächste Woche auf Urlaub gehabt, aber das hat sich ja auch erledigt. Also, von dem her, es ist gerade alles ein bisschen, äh, kurz vor knapp und so. Ah, okay. Also, ich, der, das Ballast pfeift gerade aus dem letzten Loch, sagen wir es so. Das ist gut. Gerade, was so Aufnahmetechnik, Zeugs mäßig angeht. Und ich hoffe, ich finde die dann auch später wieder raus, weil ich weiß gerade nicht mehr, wo ich bin. Hast du meine tolle Tortechnik in dich angewandt? Ich habe, äh, ich habe ein Tor geschossen, ja, aber, äh... Ja, das hilft dir natürlich wenig. Doch, doch, ich finde die schon wieder raus. Ich bin ja ein Pro. Hahaha. Das ist ganz genau, wo ich langgegangen bin. Hier ist zum Beispiel ein riesiger Lava-Fall. Da bin ich jetzt langgegangen. Kann ich mir merken. So, nochmal die Kühe gepaart. Geil. Hast du einen Film gemacht von, äh, was? Nein. Ist auch besser so. Sodomie ist nicht cool. Hallo, die Kühe machen sich ja miteinander, nicht du mit den Kühen. Naja. Das denkst du. Du hast nicht gesagt, oder? Aha, Jubi, aha. Ähm. Ja. Ich brauche schnell irgendwas, um vom Thema abzulenken. Fällt aber nichts ein. Das ist schlecht. Schau, ich habe zum Beispiel schon wieder eins von den Toren gefunden. Ha. Ha. Huah. Und ich sehe von hier aus sogar das Portal. Alter, das ist ja hier. Der Nether ist ein Dorf. Hahaha. Und wir brauchen so verdammt viel Kies. Wir brauchen noch sehr viel mehr. Weil wir müssen ja auch noch eine Verbindung, äh, vom, ähm, na, vom Rathaus zu dem Herrenhaus bauen und dann kommt da die Katondrade ja auch noch hin. Oh Gott. Ich habe noch 15 Kies da. Ich glaube, das reicht. Das reicht, ja. Sicher. Das ist total gut. Das ist klasse. Boah. Machen wir Schluss für heute, oder? Ja. Das machen wir aber wirklich bald. Ich sammle hier noch ein bisschen Nether. Ich schaue jetzt an, dass ich da noch den Brunnen, äh, Netherquartz, ne? Ich schaue noch, dass ich den Brunnen fertig mache vielleicht. Jaja, genau. Und dann können wir von mir aus gerne, äh, sagen, wir streichen für heute die Segel. Will jetzt auch keinen Stress machen, aber so bald mal. Aber mach mal hinne. Aber mach mal hin, genau. Mit einem scheiß Brunnen, Alter. Da wird es sowieso kacke aussehen. Das ist so ein Drecksding. Okay, jetzt ist eh mein Spitzhackel kaputt. Ich mach mich auf den Rückweg. Ähm, wie hab ich es da drüben gemacht? Achso. Mit dem Mund, mein Freund. Mit dem Mund. Achso. So war das. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Na, freut mich, wenn ich helfen konnte. Ja, danke, danke. Ähm. So. Aber auf jeden Fall hab ich jetzt hier im Herrenhaus selbst auch schon mal ein Stückchen wieder geschafft. Da ist ein Portal, da ist ein Portal. Ich muss hier runter. Yay! Well. Oh, da kam noch einer. Oh, oh. Bist du in die Lava geplumpst? Nein, nein. Ich lebe noch, ich lebe noch. Keine Sorge. Okay. Es ging nur gerade rapide abwärts. Und da hab ich mir gedacht so, oh, oh, das ist ganz schön tief. Aber es war nicht tief genug für so Helden wie mich. Meine Beine mögen vielleicht brechen, aber nicht mein eiserner, unbezwingbarer Wille. Da war wieder diese schöne Stimme. Ja, ich weiß. Einfach schön. Ich weiß doch, worauf du stehst, Jubi. Nachts im Bett. Blutlutlutlut. Was? 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 Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was da war. Blutlutlut. Blutlutlut. Charlie. Blutlutlut. Nein, wer kennt sie? Jubi kennt sie nicht. Nein. Zumindest gerade jetzt so nicht. Charlie the Unicorn? Nein. Candy Mountain. The Candy Mountain. Candy Cave. Charlie. Blutlutlut. Nö. Okay. Ist auch eine Bildungslücke. Ja, ist mir geil. Eigentlich nicht, aber... Ich habe so viele, damit muss ich leben. Ja. Siehst du, und deswegen scheiße ich auf meine Mr. Bean für Blutlutlut. Ja, aber das ist Kult. Ja, ich kenne es bestimmt, aber ich habe das jetzt einfach nur nicht im Kopf. Weißt du, wann ich Mr. Bean gesehen habe? Da war ich jung. Inzwischen bin ich alt. Wirklich? Ich bin mir langsam zu spät. Ja, ich bin voll alt. So, Teppich ist verläscht. Der Teppich ist echt eine coole Erfindung. Hätte man doch mal eher drauf kommen können. Finde ich ja. Ja, denkst du. Ich finde Teppich ist scheiße. Was machen wir denn diesmal ganz oben ins Herrenhaus rein? Weil ich finde da jetzt schon wieder ein Festsaal reinzubasteln, ist irgendwie doof. Weil wir haben ja schon einen im Dingens. Im Bauernhaus. Warte, ich bin gerade anderweitig in Gedanken. Gedanken versunken. Shame on you. Ja, ist mir egal. Kann ich mit leben. Da oben ins Herrenhaus, oben rein. Eine Aussichtsbasis für Kampfjets. Die Aussicht. Ach, für Kampfjets. Ich kann ja auch einen Flugzeugträger reinbauen. Ja. Flugzeugträger. Das ist die Idee, Jubi. Sehr gut. Wusste ich doch, dass dir das gefällt. Du hast viel gelernt. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Ich glaube, dieses Aussichtsding finde ich gar nicht mal so richtig verkehrt. Nur halt nicht für Flugzeugträger, ne? Genau. Aber ich glaube, da hast du mich jetzt auf eine Idee gebracht. So, schau mal. Wie sieht das aus? Schlecht. Mach mal neu. Ja, ja, klar sieht es im Augenblick noch scheiße aus, was Erde ist. Komm, runter. Hallo. Ja, komm. Das geht schon. Ja, das doch. Das machen wir so. Moment, so.